Wir leben in einer Zeit, wo Fokus immer weniger wird, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer weniger wird. Dein Fokus macht deine Emotionen aus und deine Emotionen sind ja eigentlich dein ganzes Leben. Wenn ich jetzt mit dir rede, mit dem Handy in der Hand, hast du wirklich noch das Gefühl, dass du das Wichtigste bist, was gerade in meinem Kopf abgeht? Wenn du keine Kontrolle über deine Aufmerksamkeit oder über deinen Fokus hast, wird es dir super schwerfallen, effektiv zu sein. Es gibt keine Pause mehr, es ist alles Schlag auf Schlag. Es ist E-Mails, Telefonieren, Instagram, TikTok, Instagram, Arbeiten. Und hierum soll es eigentlich vor allem in der Folge gehen, um praktische Anweisungen, wie man die Kontrolle über den eigenen Fokus und über die eigene Aufmerksamkeit wieder erlangen kann. Super einfache, erprobte, kurze Änderungen in deinem Gerätesetup und du kannst auf jeden Fall dadurch deine Aufmerksamkeitskontrolle enorm steigern, das Zepter wieder zurück in die Hand nehmen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt der liebe Friedemann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, euch hier im Wohnzimmer mit dabei zu haben. Und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema. Und zwar das Thema, was eigentlich allen Erfolg vorangestellt ist. Und zwar das Thema Fokus. Wir leben in einer Zeit, wo Fokus immer weniger wird, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer weniger wird. Das hat verschiedene Gründe, auf die werden wir alle eingehen. Und sind gleichzeitig aber in einer Welt, wo das Thema Fokus und Aufmerksamkeitskonzentration immer wichtiger wird. Deswegen haben wir uns heute dazu entschieden, diese Folge zu machen. Und Inspiration daraus kam von Friedemann, weil der vor einer Woche auf einem Tony-Robbins-Event in England war, was wieder absolut crazy war. Deswegen hol uns doch mal ganz von vorne ab, wie war das Event bei Tony Robbins. Und dann leite es vielleicht ein, mit was du über Fokus gelernt hast. Gerne. Kurz vorweg, das Thema Fokus, insbesondere in Bezug auf, und hierum soll es eigentlich vor allem in der Folge gehen, um praktische Anweisungen, wie man die Kontrolle über den eigenen Fokus und über die eigene Aufmerksamkeit wiedererlangen kann. Das ist schon ein Thema, das ist mir seit Ewigkeiten, seit vielen, vielen, vielen Jahren ein sehr präsentes, bewusstes und wichtiges Thema. Ich habe auch viele Dinge umgesetzt in meinem Leben, die mir wahnsinnig viel, automatisch und super viel mehr Fokuskontrolle geben. Und davon möchte ich hier gerne ein bisschen was teilen. Und genau, jetzt auf dem Tony-Robbins-Seminar war es nochmal ein bisschen inspirierend. Und zwar, eigentlich eine der ersten Sachen, die du lernst, ist, lerne deinen Fokus zu kontrollieren. Denn dort, wo dein Fokus ist, fließt Energie. Where focus goes, energy flows. Und dein Fokus macht auch deine Emotionen aus. Das heißt, je nachdem, worauf du dich konzentrierst, so fühlst du dich tatsächlich auch. Also beispielsweise, denk mal an 9-11. Die Bilder von 9-11, du denkst irgendwie an die Nachrichten, die Tränen, wie die Leute alle total aufgebracht waren, am weinen, am schreien waren und so weiter. Wenn du dir das wirklich bildlich vorstellst und den Fokus darauf lenkst, dann kannst du gar nicht anders, als dich schlecht fühlen, als dich verängstigt fühlen, besorgt fühlen, fragst dich, oh, ist Terrorismus immer noch ein Problem und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn du dich an einen richtig, richtig, richtig schönen Moment erinnerst, dich wieder zurück reinversetzt, wenn du die Augen schließt, und das könnt ihr gerne zu Hause mal machen, macht da mal Pause und erinnert euch an einen richtig, richtig schönen Moment in eurem Leben, einen lebensfändernden Moment, zum Beispiel eure Hochzeit oder wie ihr eure Frau oder euren Mann kennengelernt habt oder wie euer erstes Kind geboren wurde oder einfach ein richtig schönes Erlebnis mit den Eltern. Irgendwie in so eine Situation sich zurück reinzuversetzen, die Augen zu schließen und es wirklich nachzuspüren, glaub mir, es geht gar nicht anders, als dass deine Mundwickeln nach oben gehen und du ein breites Lächeln auf den Mund bekommst. Dementsprechend, dein Fokus macht deine Emotionen aus und deine Emotionen sind ja eigentlich dein ganzes Leben. Deswegen, wenn du ein Leben führen willst, in dem du schöne, positive, tolle, intensive Emotionen spürst, ist es maßgeblich, dass du deinen Fokus lenken lernst und die Kontrolle zurückerlangst. Denn was ist denn die Währung der Information Age, in der wir uns befinden? Die Währung ist deine Aufmerksamkeit. Die ganzen Big Tech Unternehmen, Facebook und so weiter, die verdienen Geld damit, indem sie deine Aufmerksamkeit an andere Unternehmen verkaufen. Das ist auch ein absolut korrekter, ein korrektes Business an und für sich. Bloß man muss sich darüber bewusst sein, dass deine Aufmerksamkeit extrem viel wert für die ist und dementsprechend die ganzen Software, die ganzen Apps, die ganzen Services, die dir anbieten, dein Handy, Instagram schon sowieso, TikTok und so weiter. Das ist die Apple Watch sowieso auf Standardeinstellungen, also generell als Faustregel, die Standardeinstellungen von irgendeinem Gerät oder von irgendeiner App oder Anwendung auf deinem Handy sind in der Regel nicht in deinem Sinne, sondern die sind im Sinne der Profitmaximierung, was aus Unternehmenssicht absolut Sinn ergibt und auch okay ist. Bloß du musst das wissen und die Kontrolle wieder zurückerlangen. Und dafür haben wir heute ein paar praktische Lösungsansätze, wie du wirklich dich einmal hinsetzen kannst. Du machst dir einmal eine To-Do-List, eine Checklist von Dingen, die du umsetzen musst in deinem Leben oder in deinem Gerätesetup und so weiter und hast innerhalb von 30 Minuten dein Leben sozusagen komplett nochmal neu aufgesetzt und deinen Fokus wieder zurückerlangt. Man bekommt Entzugserscheinungen, denn man ist konditioniert. Das ist Neuro-Konditionierung letztendlich, was mit einem gemacht wird oder wo man sich auch einfach so fahrlässig einfach hingibt. Und so wie mit allen konditionierten Sachen, sei das jetzt Kaffee, Zigaretten, Zuckerkonsum oder der Habitus, weiß ich nicht, die ganze Zeit sich so hier hinterm Ohr zu kratzen oder was auch immer. Auch vor allem Dinge, die einem Sicherheit geben. Manchmal in einer Situation, wo man vielleicht sich ein bisschen unsicher ist, dann das Erste, was man macht, ist erstmal zum Handy greifen und erstmal aufmachen und man hat eigentlich gar nichts vor mit dem Handy, man guckt einfach nur rein. All diese Dinge haben Entzugserscheinungen, wenn man radikal damit aufhört. Aber glaubt mir, haltet durch, das geht schnell wieder weg. Nach einer Woche oder sowas ist das Ganze bereinigt. Und man hat auf jeden Fall wieder haufenweise Lebensqualität zurück. Man hat viel mehr Effektivität während der Arbeit, viel weniger Prokrastination, viel weniger Ablenkung. Und ja, dementsprechend super wichtiges Thema. Ich glaube, wir beide sind schon recht fortgeschritten darin und uns sehr bewusst vor allem darin. Nichtsdestotrotz, ich habe hier eine kleine Liste gemacht, weil es ist wirklich wichtig, dass ich jeden einzelnen Punkt hier kommuniziere, irgendwann in der Folge. Dabei ist mir auch nochmal aufgefallen, krass, okay, das muss ich auch nochmal in den Griff kriegen. Hier, das muss ich nochmal ein bisschen anders aufsetzen. Und genau, ich habe selber nochmal sehr viel davon gelernt. Denn ich persönlich möchte mein Leben fokussieren auf die Erreichung meiner Ziele. Ich möchte an meiner Lebensvision arbeiten. Ich möchte meine Energie in meine Gesundheit, meine Fitness stecken. Ich habe gerade meine Gesundheit wiedererlangt, sozusagen. Ich habe ein halbes Jahr keinen Sport machen können aufgrund einer Herzmuskelentzündung. Jetzt darf ich wieder Sport machen, endlich. Und diese Energie möchte ich jetzt nicht verschwenden an irgendein Gerät, was die ganze Zeit macht, sondern ich möchte diese Energie stecken in die schönen Dinge, in Beziehungen, in meine Familie, in mein Business und die halt nicht verlieren an mein Handy. Und ich bin sicher, wer da zu Hause zuhört, ist da auf einer Linie. Bloß darüber zu sprechen ist das eine, man muss es halt wirklich in die Tat umsetzen. Und wenn alle anderen es so machen, dann kommt es einem normal vor. Aber man meistens, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, wir wollen nicht da sein, wo die Massen sind oder das machen, was die Massen tun. Meistens muss man radikale Veränderungen in seinem eigenen Leben etablieren. Die Massen trinken Alkohol, die Massen rauchen, die Massen gucken Pornos, die Massen haben kein Geld, die Massen haben keine Zeit, die Massen beschweren sich viel. Deswegen ist es keine gute Idee, genau das zu machen, was die Massen machen. So ist es. Okay, also das war jetzt eine kleine Einleitung von mir. Erzähl doch gerne auch nochmal, was heißt so Aufmerksamkeitsführung, Fokus und so weiter. Was bedeutet das für dich in deinem Leben? Wenn man sich die Entwicklung der Menschheit in den letzten 10.000 Jahren anguckt, gibt es genau zwei Sachen, die dazu geführt haben, dass wir so vorangeschritten sind, wie wir es sind. Das eine ist abstraktes Denken. Darauf gehen wir heute nicht ein, das vielleicht in einer anderen Folge. Aber die Fähigkeit, Storys zu erzählen, also ein Kram. Und das Zweite ist die Fähigkeit, Energie zu kanalisieren. Und wir haben da in der Bitcoin-Folge schon mal drüber gesprochen, was bedeutet es, Energie zu kanalisieren. Feuer ist chemische Energie kanalisiert. Pfeil und Bogen ist kinetische Energie kanalisiert. Hydraulik ist Gravitationsenergie kanalisiert über Flüssigkeiten. So konnten Pyramiden gebaut werden. Und jede große Errungenschaft, Technologie, es sind Informationsströme kanalisiert und in Datenpakete verpackt. Jede große Technologie, alles, was die Menschheit vorangebracht hat, war irgendeine Form von Energie, die irgendwie kanalisiert wurde. Und auch wenn man sich anguckt, die großen Reiche, das Römische Reich. Wieso erstreckt sich das Römische Reich einmal ganz um das Mittelmeer herum? Habe ich auch schon mal erwähnt. Der Grund dafür ist, dass das Mittelmeer das lukrativste Handelsnetzwerk war. Und das Römische Reich nur so groß werden konnte, weil es die Energie des Handelsnetzwerks auf sich kanalisiert hat in Form von Steuern. Und deswegen so groß geworden ist und deswegen die ganzen Armeen finanzieren konnte und all so ein Kram. Und wenn die gesamte Menschheit floriert dadurch, dass sie Energie kanalisiert, kann man sich auch persönlich fragen. Wie kanalisiere ich meine Energie? Und was ist überhaupt meine Energie? Und du hast zwei Arten von Energien. Die eine Energie ist deine monetäre Energie. Das ist dein Geld, was du angespart hast. Und die zweite Form von Energie, die du hast, ist deine Aufmerksamkeit. Das ist meistens das, worauf setze ich meine Aufmerksamkeit. Dann kriege ich Geld dafür. Das ist quasi deine Aufmerksamkeit umgewandelt in Energie. Für die Physiker, das ist Umwandlung von kinetischem potenzieller Energie. Na ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir unsere Aufmerksamkeit und jetzt ist die Frage, wie kanalisiere ich meine Aufmerksamkeit? Und das Wort Kanal ist ja schon ein Konstrukt, wo du einen Graben baust mit ganz klaren Rändern, der ein ganz klares Ziel hat. Und wenn ich die meisten Leute frage, wie kanalisiert ihr euren Kanal? Dann sagen die, Kanal? Ich habe keinen Kanal. Ich habe ein paar Fitzen, die einfach random vom Regen mal gegossen werden. Aber einen richtigen Kanal habe ich nicht. Und wenn meine Pfütze zu voll ist, läuft sie über und verteilt sich random irgendwo auf dem Feld. Aber ich komme nicht richtig voran. Und ich will heute mit ihr zusammen überlegen, wie wir unseren Kanal bauen können. Was für eine absolut krasse Metapher mal wieder. Richtig gut. Cool. Ich finde gerade als Unternehmer und man muss einfach sagen, unser Publikum und also wir sind Unternehmer, wir umgeben uns die ganze Zeit mit Unternehmern, unser Publikum sind größtenteils Unternehmer oder solche, die es werden wollen. Das ist das wichtigste Thema und eines der ersten Themen. Wenn du keine Kontrolle über deine Aufmerksamkeit und über deinen Fokus hast, wird es dir super schwerfallen, effektiv zu sein und überhaupt konzentriert zu sein. Und auch im Blick zu behalten, was wichtig ist. Was war überhaupt nochmal genau deine Idee? Was war überhaupt nochmal, was wolltest du nochmal genau umsetzen? Welche Ideen sind dir vielleicht letztens irgendwie unter der Dusche, was ich finde ein sehr inspirierender Ort sein kann? Oder wenn man kurz vorm Einschlafen ist, dann kommen ja manchmal so haufenweise Ideen rein. Was waren das nochmal für Ideen? Wenn du nicht lernst, deine Aufmerksamkeit zu lenken, dann kommen dir natürlich weiterhin Ideen, aber sie fliegen einfach weg und sie verschwinden einfach ganz. Sie sind sehr flüchtig, das ist das Wort. Deine Ideen sind dann sehr flüchtig und sind ganz schnell wieder weg. Aber deine aufmerksamkeits, bewusste Aufmerksamkeitsführung und Kontrolle befähigt dich, deine Ideen einzufangen und bei dir zu behalten. Und dich jeden Tag darauf zu fokussieren und zu konzentrieren und dafür zu sorgen, dass du sie tatsächlich auch in die Tat umsetzt. Und wir alle wollen doch Ergebnisse. Wir wollen doch Fortschritt, wir wollen vorankommen, wir wollen wachsen. Wir wollen das Business aufbauen, wovon wir träumen. Wir wollen den Betrag X an monatlichem Einkommen erzielen. Wir wollen die krasse Beziehung haben. Aber wenn das immer nur mal so temporäre, flüchtige Ideen sind und dann sind die eh ganz schnell weg und danach sind wir wieder in unserem täglichen Trott, dann kann das nichts werden. Du musst lernen, dich auf deine Visionen vollständig zu fokussieren und auf die Dinge, die dir Energie geben, die Dinge, die du machen möchtest. Und das ist letztendlich eine praktische Übung. Das heißt, das kann man als Fähigkeit erlernen und man kann es sich gleichzeitig viel leichter machen, indem man entsprechend die ganzen Dinge, die die Aufmerksamkeit die ganze Zeit von dir ziehen wollen, so ein bisschen von sich weiß. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, vielleicht hat der ein oder andere einen Hund zu Hause. Und Hunde trainiert man, ich weiß nicht, ob du das weißt, ihr habt ja keinen Hund, aber ich habe auch keinen Hund, aber ich habe das mal gesehen bei anderen Leuten, die trainieren die Hunde mit so einem Klicker. Das ist auch letztendlich Neurokonditionierung. Der Hund macht irgendwas richtig, zum Beispiel er macht Sitz, dann klickst du einmal. Oder du klickst und dann sagst du ihm, er macht Sitz und dann gibst du ihm was zu essen. Ich bin kein Hunde-Experte, keine Ahnung. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber irgendwie so funktioniert das, dass halt dieses Klickgeräusch mit irgendwas Gutem in Verbindung gebracht wird. Und dann irgendwann klickst du halt einmal und dann setzt sich der Hund hin. Oder meinetwegen ist das Klicken mit einer Belohnung konnotiert und dadurch kannst du den Hund halt einfach so ein bisschen konditionieren. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch da draußen. Bist du ein Hund? Möchtest du ein Hund sein? Fakt ist, 90% der Leute da draußen verhalten sich genau wie Hunde zu ihrem Hundeklicker in Bezug auf ihr Handy. Und für mich ist das einfach keine schöne Art, sein Leben zu leben. Und wenn du jetzt gerade gemerkt hast, okay, ich will kein Hund sein, dann hör jetzt ganz genau hin, was wir für super einfache Tipps haben. Super einfache, erprobte, kurze Änderungen in deinem Gerätesetup. Und du kannst auf jeden Fall dadurch deine Aufmerksamkeitskontrolle enorm steigern, das Zepter wieder zurück in die Hand nehmen. Nice. Ein Tipp, der so viel im Internet kursiert, den ich früher auch umgesetzt habe, der für mich nicht so gut funktioniert hat tatsächlich, aber den ich hier mal als Aufhänger ansetzen möchte, um dann zu sagen, es gibt noch bessere Ideen, ist den Handybildschirm auf grau zu stellen. Bei mir ist es so, wenn ich dreimal auf meinen Ausknopf drücke, dann geht mein Bildschirm auf grau. Aber es hat nicht wirklich geklappt, weil ganz oft muss man dann doch Farben sehen, weil irgendwas, man macht ein Foto oder was auch immer, es hat nie wirklich langfristig geklappt. Was ich jetzt gerade neu probiere, ist folgendes. Und zwar habe ich jetzt seit kurzem zwei Handys. Das klingt eigentlich nicht so gut. Und ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber der Gedanke ist der folgende. Und zwar durch diesen Podcast bin ich sehr aktiv auf Instagram und TikTok. Also die Social Media Apps, die ansonsten kaum eine Rolle in meinem Handy gespielt haben, spielen auf einmal eine große Rolle in meinem Handy. Und ich merke, wie das von meinem Fokus raubt. Ich merke, wie nach einer Instagram- oder TikTok-Session ich erstmal eine Pause brauche und wirklich komplett meine Gedanken auch von davor verloren habe. Ich merke richtig, wie Energie aus mir rausgesaugt wird. Was machst du auf Instagram und TikTok? Ich beantworte eure Kommentare. Und natürlich, wenn ich sie öffne, sehe ich erstmal andere TikToks, aber ich gehe direkt auf unsere Dings und beantworte dann die Kommentare. Manchmal, wenn ich fertig bin, erwische ich mich aber, wie ich dann doch auf den Feed gehe und ganz kurz gucke. Und das darf halt nicht passieren. Aber es ist schwierig, wenn man täglich in diese Apps reinguckt. Und ganz kurzer Einwurf dazu. Und zwar, wie nennt sich das? Wenn du quasi ganz bewusst nicht hinguckst, dann ist das, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber Willpower im Grunde genommen. Willenskraft. Willenskraft. Ich wollte einfach nur das Wort. Und zwar, wenn du durch Willenskraft versuchst, dich selber zu regulieren, das funktioniert vielleicht ein paar Tage, aber das ist nicht langfristig und das ist auch mit Aufwand und Anstrengung verbunden. Was du willst, ist ein Milieu kreieren, sodass du ohne Willenskraft einfach gar nicht die Versuchung hast. Und das ist genau der Punkt. Weil zusätzlich zu Social Media habe ich noch ein paar andere Dopaminquellen auf meinem Handy, wie zum Beispiel WhatsApp. Wenn ich jetzt WhatsApp öffne, ich glaube gestern, als ich geguckt habe, hatte ich 210 ungelesene Nachrichten. Manches davon, ah ne, 200 nur. Manches davon sind nur Gruppen, aber vieles davon sind auch Einzelpersonen. Und es löst keinen großen Stress in mir aus, weil ich antworte, weil ich halt antworte. Manchmal antworte ich auch einfach nicht, wenn ich es übersehe. Und da ist aber auch keiner beleidigt. Und gleich, ich erwarte auch eben selbiges bei mir. Also du musst auch nicht direkt antworten. In deinem schlimmsten Fall rufe ich dich an. Trotzdem ist es auch eine Dopaminquelle von meinem Handy. Und jetzt habe ich zwei Handys. Das eine Handy ist mein komplettes Dopamin-Handy. Und das andere Handy ist mein normales Handy, wo ich mitarbeiten kann, womit ich telefonieren kann. Ich kann mit beiden telefonieren, womit ich telefonieren kann. Wo ich aber auch Apps drauf habe wie Notizen. Ich habe Apps drauf wie Uber. Ich habe Apps drauf wie Airbnb. Ich habe Apps drauf wie Kalender. Ich habe aber keine App drauf wie Mail. Ich habe keine App drauf wie WhatsApp. Ich habe keine App drauf wie Instagram. Ich habe nicht TikTok. Ich habe nichts. Kein Spiel. Kein gar nichts. Und für die meisten Sachen, die man im Arbeitsalltag braucht, braucht man ein Handy, aber nicht diese Apps. Und dafür ist dieses Handy da. Und an zwei gewählten Augenblicken am Tag, am Arbeitstag, gucke ich da mal kurz auf mein Dopamin-Handy, um die richtigen WhatsApp-Nachrichten zu beantworten oder zu gucken, ob da irgendwas Wichtiges ist. E-Mails brauche ich gar nicht gucken. Die sehe ich auch auf dem Laptop. Und ich habe das jetzt erst seit ein paar Tagen. Aber ich merke jetzt schon, wie mein Dopamin-Handy mich anwidert, wie ich gar keinen Bock habe, darauf zu gucken. Und wie dieses andere Handy auf einmal so ein cleaner Arbeitsgegenstand geworden ist, so ein bisschen wie mein MacBook, wo ich nichts Spielerisches drauf mache und einfach nur das erledige, was erledigt werden muss. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal weiterführen. Ich glaube, das könnte ein interessanter Hack sein. Das hat natürlich ein paar Nachteile. Zwei Handys, Logistik. Ich habe jetzt zum Beispiel das zweite Handy nicht dabei. Hast du dir einen zweiten Vertrag geholt oder konntest du mit deinem bestehenden Vertrag eine zweite SIM-Karte da reinschreiben? Ich könnte mal eine Partner-SIM-Karte holen, zahlt 10 Euro im Monat für 5 Gigabyte plus ich kann von meinem alten Vertrag die Gigabytes sharen und ich habe unten unbegrenzt. Das heißt, ich habe unendlich Gigabyte. Aber ich brauche ja eh nicht, ich brauche mir nicht mehr als 5, weil ich mache ja nichts im Internet, außer mal was googeln, eine Nummer rausfinden, da anrufen. Es ist super easy. By the way, du hast gesagt, du hast die Mail-App auch von deinem Arbeitshandy verbannt. Mails fühlen sich vielleicht produktiv an, aber sie sind auch absolut Dopamin-Kicker und machen absolut abhängig. Mails sind produktive Prokrastination. Ich habe bei meinem Laptop auch mal die Mail-App immer standardmäßig so als erstes, also automatisch öffnen lassen beim Hochfahren. Boah, das wirklich, seitdem ich es einfach ausgestellt habe, manchmal vergesse ich, dass die Mail-App aus ist und ich fühle mich so frei und so gut einfach. Und was ich jetzt auch vor kurzem noch gemacht habe, ist, dass ich jetzt auch die komplette, also die Verantwortung über das Sortieren und das Mich-Benachrichtigen über wichtige E-Mails in die Verantwortung unserer Assistenz gelegt habe. Das heißt, theoretisch muss ich nicht mehr E-Mails checken und ich werde auch nur noch einmal die Woche E-Mails checken und ansonsten gar nicht mehr. Es sei denn, ich werde halt von ihr angerufen oder ich kriege eine Benachrichtigung bei Slack. Das ist dann irgendwie was anderes, weil das ist teaminterne Kommunikation, da passiert generell nicht so viel. Also jetzt nicht so auf stündlicher oder minütlicher Basis. Und wenn ich dann da eine Nachricht bekommen habe, dann sage ich, ja, antwortet das mal. Oder wenn ich halt persönlich antworten muss, dann öffne ich die Mail-App. Aber es ist halt nicht wieder so ein Standard von wegen, die Mail-App ist immer offen und es wird die ganze Zeit fluten irgendwelche Sachen rein. Und das meiste ist ja, ehrlich gesagt, also 90% ist Müll. Weil auch der, es gibt Spam und dann gibt es den Spam, der halt nicht rausgesortiert wird, den man aus irgendwelchen Gründen auch nicht abbestellen kann bei super vielen Anbietern. Genau, aber da gibt es auch, by the way, Mail ist vielleicht nochmal ein riesiges Thema für sich, aber da gibt es ja auch ganz viele Regeln, die man etablieren kann. E-Mails automatisch in Ordner packen und sowas zum Beispiel. Es gibt einen Konzern, der heißt, ja, kann man auch sagen, also von Amazon kommt halt die ganze Zeit nur Junk-Mails. Also die ganze Zeit Junk-Mails und du kannst es nicht abstellen. Und da haben wir auch einen Ordner, der heißt halt Amazon Spam. Und da kann man mal durchgehen, irgendwie einmal im Monat und gucken, war vielleicht doch irgendwas Wichtiges dabei. Und ansonsten wird das alles weggeschmissen. Ja, nice. Hast du auch irgendwelche Hacks, die du dir überlegt hast? Ich habe hoffen, es ist Hacks. Ja, hau mal einen raus. Okay, ich, schauen mal, was ich aufgeschrieben habe. Okay, das allererste, das gilt für iPad, MacBook, Apple Watch, Handy, radikal alle Töne und Vibrationen ausstellen. Das geht in der Mitteilungszentrale bei Apple, keine Ahnung, wie es bei Samsung geht oder bei Android, aber geht mit Sicherheit irgendwie und zwar radikal alle Vibrationen und Töne abzustellen. Ich weiß, es ist eine Überwindung. Viele Leute kriegen die ganze Zeit irgendwie Bing, Bong und vor allem am Handgelenk. Aber das ist die krasseste Neurokonditionierung, die ihr eurem Körper antun könnt oder eurem Nervensystem antun könnt. Und wenn ihr euer Nervensystem verändert, dann zum Guten und zwar indem ihr neuen Input bekommt, Dinge lernt, neue Fähigkeiten erlernt, aber nicht indem ihr euch konditionieren lässt von irgendwelchen Geräten. Genau, das heißt, das Erste ist, radikal alle Töne und Vibrationen ausstellen. Nein, ihr werdet bei mir nie ein Gerät finden, was irgendwie Bing, Bong macht oder irgendwie vibriert. Und die visuellen Benachrichtigungen, das heißt die Dinge, die einfach dann auf dem Bildschirm erscheinen, die auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt, man sucht sich vielleicht eine App raus oder zwei Apps, wo es einem wichtig ist, dass man, wenn jemand einen erreichen möchte, man es halt auch sieht, wenn man sich entscheidet, auf Sandy zu gucken. Und da sagt man, okay, da ist es in Ordnung, dass die Nachricht auf dem Homebildschirm erscheint. Aber ansonsten, ich weiß nicht, jede App will ja erstmal einem immer Benachrichtigungen schicken und wenn das halt irgendeine unnötige App ist, wenn sie wirklich unnötig ist, dann löscht man sie natürlich. Aber das könnte zum Beispiel die Gesundheits-App sein, dass die einem Benachrichtigungen schicken möchte oder sogar die Einstellungs-App kann einem Nachrichten schicken über ein neues Update, was da verfügbar ist oder irgendwie sowas. Alles aus damit, das wollt ihr alles nicht haben, alles weg damit. Wenn ihr euch entscheidet, euch mit einem dieser Themen zu beschäftigen, halt eure Schritte euch anzugucken, dann entscheidet ihr euch, euer Handy aus der Tasche rauszuholen, dann geht ihr auf die Health-App und schaut euch eure Schritte an. Aber die braucht ihr euch jetzt nicht sagen, hey, super, heute hast du 10.000 Schritte gemacht, sondern wenn du das wissen willst, kannst du es halt nachgucken. Und ein weiteres Thema, automatische Updates. Das ist ein Ding. Alle Geräte wollen natürlich von Werk aus sich automatisch updaten. Ist natürlich klar, weil dadurch haben die Kontrolle über die Software, die du benutzt. Was ist allerdings, wenn es irgendwann mal eine regulatorische Änderung gibt in irgendwelchen Datenschutzbedingungen oder in irgendwelchen, was auch immer, Kontrollen, dass du, dass jetzt die Kamera auf einmal doch die ganze Zeit laufen kann und dein Gesicht scannt und so weiter, was es wahrscheinlich eh kann und wahrscheinlich auch schon macht. Aber sollte es passieren, dass irgendein Skandal-Update oder so rauskommt, dann willst du es ja nicht schon installiert haben, sondern dann bestimme ich oder dann habe ich noch die Kontrolle darüber, ob ich es installieren möchte, ja oder nein. Ganz einfach ist auch tatsächlich, Updates werden immer langsamer. Aus dem Grund, dass Apple halt sagt, es gibt mehr Funktionen und damit das Handy nicht crasht, muss die Geschwindigkeit künstlich runtergeschraubt werden. Keine Ahnung, ob das stimmt, ist mir auch egal. Aber du kannst dann halt abwägen. Möchtest du das gleiche Update benutzen? Weil es funktioniert ja. Und das ist ja auch letztendlich Dopamin und irgendwie Ablenkung und jetzt gibt es halt irgendwelche neuen fancy Features, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, weil das, sind wir mal ehrlich, das Handy kann alles, was du brauchst. Das kann alles. Und wenn es wirklich mal irgendeine bahnbrechende Neuerung gibt und du davon erfährst, dann kannst du dich ja immer noch entscheiden, cool, ich möchte das Update jetzt holen. Aber dass du quasi immer der Erste bist, der direkt berieselt wird mit irgendwelchen Änderungen und auf einmal ist irgendwas anders auf deinem Handy, das zieht auch deine Aufmerksamkeit und lenkt dich auch wieder ab. Genau. Ich glaube, das ist obvious, aber Instagram und TikTok einfach löschen. Leute, löscht den Scheiß. Ihr braucht euren Account nicht löschen, aber löscht die Apps auf jeden Fall. Auch wenn ihr uns folgt. Auch wenn ihr uns auf Spotify schon folgt, dann braucht ihr kein Instagram mehr. Hört euch die Folgen an. Die ideale Customer Journey ist, ihr seid über Instagram oder TikTok auf uns aufmerksam geworden, habt den Proaktiv-Podcast abonniert und TikTok und Instagram gelöscht. Wenn das passiert, dann habe ich das Gefühl, haben wir etwas wirklich Gutes bezweckt in der Welt. Oder ihr seid auf uns aufmerksam geworden, auf TikTok und Instagram, gehört dann unserem Podcast und entscheidet dann, allen zu entfolgen außer dem Proaktiv-Podcast. Noch besser. Man behält vielleicht die App Instagram und TikTok, aber auf einem Zweithandy und man wird Creator, so wie wir es jetzt sind. Und vielleicht macht ihr dann einen, weiß ich nicht, irgendeinen coolen Mindset-Podcast oder Ernährungs-Podcast oder whatever oder einen YouTube-Kanal und benutzt dann die App aus Creator-Gründen. Im Idealfall kann man meines Erachtens auch das in Mitarbeiter-Hände geben. Ist bloß ein bisschen knifflig. Nicht-notwendige Apps vom Homescreen entfernen. Oft sind die Homescreens überfüllt mit allen möglichen Apps. Im Idealfall hast du nur eine Seite, weil dieses nach links und rechts wischen, das ist auch eine neuro-konditionierte Bewegung. Nach unten und oben wischen ist konditioniert und links und rechts wischen ist auch konditioniert. Deswegen, du holst dein Handy raus, kannst gar nicht wischen. Es ist einfach nur ein Bildschirm, fertig. Und da, zack, hast du eine App, fertig. Und wenn du die App dann doch brauchst, dann kannst du ja immer noch Spotlight Search suchen oder bei Android irgendeine andere Suche. Und die App entsprechend finden, wenn du bei dir angefangen wieder auf die Idee kommst, dass du diese App benutzen möchtest. Handyverbot im Schlafzimmer. Ich weiß, es ist richtig schwer durchzusetzen, beziehungsweise es ist richtig ungemütlich. Man will natürlich gerne abends noch am Handy chillen und da irgendwelche Sachen sich angucken, Nachrichten beantworten oder so. Es hat zwei Vorteile, also das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Das erste ist, du wirst nicht abgelenkt und kannst dich schneller darauf konzentrieren zu schlafen. Und auch morgens. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man morgens als erstes sein Handy in die Hand nimmt und erstmal scrollt und in eine halbe Stunde verdasselt hat. Das fühlt sich an, einfach als wäre man auf dem falschen Fuß aufgestanden. Und der zweite Vorteil ist, das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Es gibt sowas wie Lichtsensoren in deinem Auge und die signalisieren deinem Gehirn, welche Tageszeit wir gerade haben. Und wenn ganz viel Licht in dein Auge reinkommt durch deinen Handybildschirm, dann wird deinem Gehirn signalisiert, oh wir haben einen Tag. Und dein ganzer Metabolismus stellt sich auf Tag ein und auf keinen Fall auf Schlafen und dann wird auch kein Melatonin bei euch drin im System ausgeschüttet. Und dementsprechend, wenn du, ich glaube jeder kennt das und da gibt es auch Studien dazu, die belegen das wirklich ganz deutlich, dass wenn du viel Bildschirmzeit kurz vorm Schlafen hattest, schläfst du schlechter, als wenn du ein, zwei Stunden einfach auf keine Bildschirme geguckt hast. Ich habe das mittlerweile sogar so gemacht, ich mache keine Lichter mehr an. Im Idealfall kann ich eh alles machen im Dunkeln. Oder wenn ich Licht brauche, dann mache ich nur Licht von unten, weil diese Rezeptoren für das Licht in deinem Auge sind am unteren Ende vom Auge lokalisiert, weil die Sonne natürlich oben ist. Das heißt, wenn die Sonne oben ist, dann kommt das Licht von oben hier auf die Sensoren oder auf die Sensoren, in Anführungszeichen, auf die Sensorzellen, keine Ahnung wie man das nennt im Fachjargon. Die haben auch einen speziellen Namen, der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Und das ergibt natürlich absolut Sinn, aber dementsprechend, wenn du eine Deckenbeleuchtung anmachst, dann spiegelt das quasi die Sonne wieder und dann trifft das halt volle Kanne auf deine Rezeptoren, auf deine Lichtrezeptorzellen. Von unten ist der Effekt nicht ganz so stark. Das Licht streut natürlich auch, erreicht die Rezeptorzellen auch, aber wenn das Licht ganz gedimmt von unten kommt, dann ist das halt nicht so krass. Und wenn man dann halt Licht braucht, dann kann man auf die Art und Weise das Ganze machen. Gibt es einen Unterschied zwischen warmen und weißem Licht? Weißt du das? Ich meine nicht so wirklich. Also es gibt eine Untersuchung, dass zum Beispiel dieser Handy, es gibt ja Nightshift, das macht gar keinen Unterschied. Also Probanden schlafen genauso gut, wie wenn sie weißes Licht anhaben oder wenn sie das Nightshift-Licht anhaben. Ich finde es schöner anzusehen, aber es hilft jetzt nicht wirklich beim Schlaf. Was ich hier noch draufstehen habe, das ist für mich persönlich ein Gamechanger und zwar Schlafmaske und Oropax. Ist vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt, weil man hat hier so einen Bund, der vielleicht so ein bisschen zwickt oder so. Ich stelle ihn sehr locker ein, sodass die Schlafmaske quasi nur drauf aufliegt. Ich habe mir bei Amazon auch so eine richtig weiche, schöne, angenehme Schlafmaske, die man kaum spürt, bestellt. Oropax, da gibt es auch verschiedene Ausführungen. Manche sitzen besser, manche sitzen schlechter. Aber so komplett ungestörten Schlaf zu erleben. Es gibt nämlich oft, also kaum jemand hat das Glück, in einem komplett abgedunkelten, ungestörten Milieu zu schlafen. Und es geht jetzt nicht unbedingt um konstantes Hintergrundrauschen, wie zum Beispiel eine konstant befahrene Straße in der Ferne. Sowas ist sogar vielleicht beruhigend, sondern es geht eher um diese schlagartigen Geräusche oder Lichter, vielleicht ein vorbeifahrendes Auto oder sowas, was einen aus dem Schlaf rausholt. Deswegen, ja, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal dazu führen. Eigentlich ganz, ja, hat vielleicht mehr mit Schlafoptimierung zu tun, als mit Fokuskontrolle. Aber letztendlich, wenn du gut schläfst, dann hast du auch guten Fokus tagsüber und bessere Aufmerksamkeit. Bei mir persönlich habe ich einen viel schlimmeren Impact gemerkt, wenn ich morgens das Handy benutzt habe, als wenn ich es abends benutzt habe. Also mein, ich muss zugeben, abends benutze ich es noch manchmal, aber morgens versuche ich es religiös nicht zu benutzen. Und das ändert meinen Tag komplett. Die Tage, wo ich früher mein Handy morgens in die Hand genommen habe, habe ich schon gleich ein paar Nachrichten bekommen, wo ich dachte, okay, muss ich gleich ein bisschen was beantworten. Und habe die beantwortet, bin dann auf Mails gegangen. Ah, hier ist noch eine wichtige Mail. Ja, die beantworte ich jetzt schnell vom Bett aus, damit ich gleich Sport machen kann und in Ruhe frühstücken kann und schon mal was gearbeitet habe. Ah, dann mal kurz gucken, wie läuft es auf TikTok bei uns? Wie läuft es auf Instagram bei uns? Oh, das letzte Video ist viral gegangen. Nice. Zwei, drei Kommentare angucken, beantworten. Ah, Podcast denke ich jetzt gerade dran. Ja, lass mich mal kurz auf die Spotify-App gucken. Wie viele Zuhörer haben wir jetzt? Oh, 26.000. Geil. Und weißt du, all solche Sachen kommen dann on top. Und ehe ich mich versehe, bin ich 45 Minuten im Bett, habe schon vermeintlich irgendwas gemacht, aber ich fühle mich geschlaucht. Wohingegen an dem anderen Tag, wo ich die erste Stunde des Tages mein Handy gar nicht benutze, fühle ich mich selbstbestimmt. Ich mache genau die Sachen, die mir wichtig sind und dann gehe ich fokussiert an mein Handy oder an meinen Laptop und arbeite das ab, wenn ich es dann machen möchte. Aber ich kriege in dieser ersten Stunde überhaupt erstmal wieder die Hoheit über meine Aufmerksamkeit zurück, um sie dann aktiv verteilen zu können. So ein bisschen, wir haben ja am Anfang der Folge, habe ich ja gesagt, dass du zwei Energieformen hast in deinem Leben. Und das eine ist Geld und das andere ist Aufmerksamkeit. Und oft brauchst du die Aufmerksamkeit, um das Geld zu bekommen. Wenn jemand zu dir kommt, jeden Tag und sagt, hey, ich hätte gern 5 Euro von dir. Und dann drei Stunden später kommt noch jemand und sagt, hey, ich hätte gern 2 Cent. Zehn Minuten später kommt jemand, hey, ich hätte gern 20 Cent. Ich hätte gern 1,70 Euro. Ich hätte gern 3 Euro. Ich hätte gern 7 Euro. Ich hätte gern 12 Euro. Und du sagst die ganze Zeit, ja, okay, ja, okay, ja, okay, ja, okay. Irgendwann hast du einfach kein Geld mehr auf dem Konto und kommst nicht voran. Genau das Gleiche gilt auch für Aufmerksamkeit. Du hast einen gewissen Topf von Aufmerksamkeit und zu jeder Tageszeit kommt jemand und sagt, hey, ich hätte gern das von dir. Hey, ich will, dass du dir das anguckst. Hey, ich will, dass du dir das anguckst. Ich will, dass du dir das anguckst. Ich will, dass du dir das anguckst. Und aus irgendeinem Grund sind wir sogar so, dass wir sagen, oh ja, gerne, zeig es mir. Oh ja, nice, nice. Ich scroll weiter. Es ist stimulierend. Ja. Es ist stimulierend und unterhaltend. Aber ich frage nochmal, möchte man seine Aufmerksamkeit, dieses Geschenk, was man hat an einem wachen, kreativen, leistungsfähigen Geist, möchte man das in Handy-Videos, die unterhaltsam sind, stecken oder möchte man es in seine Lebensvision, in seine Familie, in seine Beziehung, in sein Business stecken. Willst du es für dich nutzen oder willst du es anderen schenken? Ja. Willst du den 5-Euro-Schein für dich haben oder willst du jemand anderem schenken? Wenn du jemand anderem schenken willst, kannst du auch deine 5 Minuten jemand anderem schenken. Aber ich bin dafür, die Sachen für sich einzusetzen und dann selektiv, präzise jemand anderem was zu schenken, aber nicht irgendeinem random Dude. Das ist was anderes, präzise jemandem Aufmerksamkeit zu schenken und sich jetzt mit jemandem zu befassen, als so ein Bzzz. Außerdem hat deine Aufmerksamkeit dann noch keinen Wert. Also was ist die Aufmerksamkeit wert von jemandem, der die Aufmerksamkeit allem schenkt? Ja. Nichts. Das stimmt. Florian, was du gerade angesprochen hast. Es gibt zwei Arten, in Handlungen, in Aktionen zu treten. Zwei Arten von Motivation letztendlich. Intention und impulsgetriebene Motivation. Wenn du dein Handy in die Hand nimmst, kann es sehr leicht passieren, dass du in einer Spirale von impulsgetriebenen Interaktionen oder Aktionen auf deinem Handy trittst. Wenn du das erstmal von dir lässt, aufstehst, irgendeine coole Meditationsroutine morgen machst oder einfach Yoga oder vielleicht dich einfach nur hinsetzt und entspannt deinen Tee trinkst oder so. Dabei kommt Intention. Weil dabei ist dein Geist frei. Du bekommst Ideen, Inspiration und daraus entsteht dann Intention, das heißt Ideen, die du umsetzen möchtest. Zum Beispiel heute Morgen bin ich, ich wusste ja heute ist Podcast Tag und ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, habe eine kurze Priming-Übung gemacht, die ich noch vom Tony Robbins Event hatte. Mega geil, kann ich super empfehlen. Tony Robbins Priming-Übung dauert 14 Minuten, geht es auf YouTube und die habe ich dann gemacht. Danach habe ich 20 Minuten Yoga gemacht, dann habe ich mich auf mein Trampolin gestellt, ein bisschen abgedanced zu geiler Musik, war dann richtig schön geprimed und in einem richtig guten Zustand. Habe mich dann hingesetzt und gedacht, heute ist Podcast Tag, habe die Augen geschlossen und auf einmal kamen mir so viele geile Ideen. Ich habe so viele geile Folgen, Ideen, also wirklich, ich habe jetzt hier eine Liste an nicen Folgen stehen, die wirklich transformativen Charakter auch haben. Weißt du, wo es dann nicht nur darum geht, was wir vielleicht erlebt haben, sondern wo ich mir das Gefühl habe, ey, das könnte den Leuten da draußen wirklich helfen. Also letztendlich beurteilt ihr es. Aber ich hatte das Gefühl, das ist mal mehr Intention als einfach nur so impulsgetriebener Kreativität. Sondern ich habe mich hingesetzt und dann habe ich mit Intention mir auch Notizen gemacht für heute, weil ich wollte sicherstellen, weil dieses Thema ist mir persönlich so wichtig. Und das heißt, vielleicht ist da draußen auch jemand anderes richtig wichtig oder kann es bei der Person auch genauso viel bewegen, wie es bei mir bewegt hat. Dass ich sicherstelle, dass tatsächlich auch die Punkte rüberkommen. Deswegen habe ich mir die Sachen aufgeschrieben, mich schon mal mental darauf vorbereitet. Und ich habe das Gefühl, diese Folge, ja, gehe ich mit einer ganz anderen Energie, ganz anderem Elan, mit Intentionen an, als mich einfach so wie ein Ping-Pong-Ball halt durch die Welt schlagen zu lassen. Ein helium-gefüllter Ping-Pong-Ball, der sogar nur durch einen Windsturz sich irgendwo hin bewegt. Da wollen wir nicht sein. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Ich wiederhole es nochmal. Ihr könnt natürlich auch zurückspulen und schreibt es auf jeden Fall auf. Schreibt es auf, macht es euch zu einer Checkliste, führt es einfach durch. Und ich meine, nach einer Woche könnt ihr auch alles wieder zurückstellen, wenn ihr sagt, Friedemann, sorry, coole Ideen, aber funktioniert für mich gar nicht. Dann stellt es wieder zurück, aber probiert es zumindest für eine Woche aus. Ihr habt nichts zu verlieren dadurch. Und glaubt mir, für mich hat das mein Leben befreit. Also das Erste ist, radikal alle Töne und Vibrationen auszuschalten. Das Zweite ist, die visuellen Benachrichtigungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Automatische Updates auszustellen. Instagram, TikTok und weitere Dopamin-schluckende Apps zu löschen. Oder auf ein anderes Handy zu verbannen und im Idealfall nur als Creator zu und nicht als Konsument zu verwenden. Wir machen zwar Reels, wir holen euch ab mit unseren Reels, aber im Idealfall löscht ihr irgendwann die App und konsumiert eben nicht mehr solche Dopamin-getriebenen, Impuls-getriebenen Reels und so weiter. Nicht-notwendige Apps vom Homescreen entfernen. Die lenken eben auch die Aufmerksamkeit ab. Und wenn man das braucht, dann halt über die Suche. Handyverbot im Schlafzimmer für mehr Fokus morgens, mehr Fokus abends. Fokussierterer Schlaf. Und damit man dann auch wirklich gut schläft. Schlaf, Maske und Ohropax. Das sind meine Tipps. Super simpel. Ist keine Rocket Science, würde ich sagen. Ergibt wahrscheinlich Sinn. Beurteilt ihr es zu Hause. Und ich würde mich riesig freuen, wenn euch das weiterhilft. Sekunde, aber wir sind noch nicht fertig. Ne, wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt eigentlich noch eine zweite Hälfte der Medaille. Vielleicht würdest du darauf hinaus. Vielleicht, fang an. Und zwar jetzt habe ich all die Aufmerksamkeits-Sucker aus meinem Leben verbannt. Wie kriege ich es denn hin, dass ich meinen Fokus jetzt auf noch mehr Effektivität, noch mehr positive Emotionen, kein Positivismus. Wir wollen nicht die schlechten Dinge im Leben schönreden oder uns was vormachen. Aber wie kriege ich es hin, dass ich meinen Fokus kanalisiere, wie du es vorhin gesagt hast. Ich habe jetzt vor, ein Business zu gründen. Wie kriege ich es hin, dass ich meinen Fokus wirklich auf die wichtigen Dinge, die jetzt relevant sind, für mein Business kanalisiert kriege. Ja, ähnliche Richtung wollte ich auch gehen. Das passt gut. Ein Punkt für den Übergang. Von da, wo wir waren, zu da, wo wir hinwollen, ist, dass man versuchen kann, einen Detox zu machen. Als ich vor einem Monat auf der Safari war, hatten wir 15 Tage lang zero Internet, zero Empfang, waren mitten im Busch, im Zelt. Und es gab gar keine Möglichkeit, an dieses Dopamin ranzugehen. Es gab auch keine anderen Dopaminquellen, weil es gab nur Löwen, Elefanten, Zebras und Natur. Und Nielpferde und alle anderen Tiere. Aber ansonsten keine Bildschirme. Und als ich dann aus dem Urlaub rausgekommen bin, hatte ich gar keine Lust, meine ganzen Dopaminquellen wieder anzuschalten. Ich habe das Gefühl, ich habe da so klar gesehen können, dass ich gemerkt habe, wie solche Sachen an mir kratzen. Wie solche Sachen versuchen, meine Energie von mir wegzusaugen. Wie so ein Blutegel, der an mir einfach dran klebt, den man die ganze Zeit nicht merkt. Aber wenn er dann ab ist, dann denkt man sich, oh wow, in was für einem Trance war ich denn. Und den dann wieder hinzuzufügen, macht man mit Bedacht. Und ich glaube, ein Detox kann insofern hilfreich sein, dass man einmal merkt, okay, wie ist das ganz ohne? Und dann füge ich nur noch selektiv das dazu, was ich wirklich brauche. Und mache das aus einer Position heraus von einem klaren Verstand. Und nicht aus einer Abhängigkeitsposition heraus. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich will auch mir meine Vision gestalten. Ich will mein geiles Live machen. Ich will mein Business voranbringen oder starten. Dann hat es mir geholfen, wenn ich in so Löchern von Prokrastination drin war, haben eigentlich zwei Sachen geholfen. Das eine ist, wieder das Nichtstun zu kultivieren. Und zwar ist der Hauptgrund bei mir zumindest, warum ich prokrastiniere, ist, weil ich keinen Space habe. Also ich bin, ich mache dann irgendwas, dann bin ich auf, beantworte ich irgendwie TikTok-Kommentare. Und habe dann aber irgendwie keine Lust, wieder was zu machen. Und wenn ich aber sagen würde, okay, jetzt mache ich kurz fünf Minuten einfach gar nichts. Ich sitze einfach nur rum und mache nichts, nichts, nichts. Dann denke ich mir nach fünf Minuten, okay, jetzt kann ich auch arbeiten. Aber diese Pause haben wir irgendwie verloren. Es gibt keine Pause mehr. Es ist alles Schlag auf Schlag. Es ist E-Mails, Telefonieren, Instagram, Instagram, TikTok, Instagram, Arbeiten. Und dann gibt es ja auch oftmals diese Schleife, dass du dann halt TikTok, E-Mails, WhatsApp, TikTok, E-Mails, WhatsApp. Und dann bist du dann in diesem Loop dran. Dann bist du eine halbe Stunde auf Instagram. Dann kommt wieder eine neue WhatsApp-Nachricht. Da gehst du darauf. Dann dachtest du, ah, TikTok habe ich noch nicht gesehen. Und dann geht es immer so weiter. Wenn du aber eine Pause hinzufügst, jetzt mache ich gar nichts. Und danach will ich arbeiten. Dann fällt es mir zumindest viel, viel leichter, dann wieder anfangen zu arbeiten. Und auch die Pause wirklich nicht zu machen, außer vielleicht rauszugehen. So der zweite Punkt, worauf ich eigentlich ... Ganz kurz, nur kleine Ergänzung dazu. Die kreative und ergebnisträchtige Arbeit findet meistens nicht am Gerät statt, sondern ohne Gerät. Und zwar im Kopf oder im Geiste oder vielleicht auch im Spüren sozusagen oder in irgendeiner Aktion beim Wandern oder so. Da kommen einem die wirklichen Geistesblitze. Und am Gerät selber ist es meistens abarbeiten. Oder dafür benutze ich meine Arbeitsgeräte mit Intention. Deswegen liebe ich es auch, am Laptop zu arbeiten. Weil ich habe eine Intention, führe sie aus, zack, Laptop zu. Reinspüren, nächste Intention. Laptop auf, abarbeiten, zack, Laptop zu. Mit dem Handy, vielleicht auch noch ein letzter Tipp, der vielleicht auch auf die Liste es noch hätte schaffen können. Und zwar, du hast eh schon deine visuellen Benachrichtigungen auf ein Minimum reduziert. Aber vielleicht hast du noch ein paar. Wenn du deinen Fokus voll und ganz bei deinem Gegenüber haben möchtest beim Essen, dann hast du dein Handy im Idealfall nicht an deinem Körper, weil dann spürst du es. Und das kann dich hin und wieder daran erinnern, dass es existiert und dass du raufgucken willst. Sondern im Idealfall irgendwie in der Tasche oder im Rucksack. Oder wenn du es sogar auf dem Tisch hast, weil ihr vielleicht hin und wieder mal euch Bilder anschaut oder du irgendwas recherchierst oder ihr gemeinsam irgendwie denkt, so ja, das ist ja interessant oder da könnt man mal hinreisen. Und dann recherchiert ihr vielleicht irgendeinen Reiseort. Dann hast du das Handy. Aber wenn du es gerade nicht benutzt, mit dem Bildschirm auf den Tisch, sodass gar nichts aufleuchten kann. Weil wenn etwas aufleuchtet, dann sind wir wie verrückt konditioniert zum aufblinkenden Blinklicht hinzugucken. Und automatisch, egal wie packend und wie toll die Person und das Gespräch vor dir ist, du schaust hin. Das ist nur als kurzer Einwand. Genau so mache ich es immer. Und habe jetzt vor drei Tagen durch Zufall einen Impuls von einem Kollegen bekommen, der ein Video gesehen hat irgendwo und der meinte, dass er das Handy gar nicht mehr auf den Tisch legt. Auch nicht andersrum. Viel besser. Und dann habe ich ihn gefragt, warum. Und dann meinte er, okay, folgendes. Er meinte, das hatte, ich glaube, Simon Sinek oder so irgendein Video von dem Typen. Da meinte er, wenn ich jetzt mit dir rede, so mit dem Handy in der Hand, hast du wirklich noch das Gefühl, und auch du als Zuhörer, hast du jetzt gerade, wenn du mich siehst, hast du wirklich noch das Gefühl, dass du oder du das Wichtigste bist, was gerade in meinem Kopf abgeht? Oder irritiert dich das irgendwie, dass hier noch so ein Gerät in der Hand ist, obwohl ich nicht raufgucke? Friedemann. Ja, hundertprozentig. Ein bisschen komisch, das hier zu haben. Ja. Und genau das Gleiche ist, wenn es neben mir liegt. Auch wenn es andersrum liegt. Das ist schon ein besseres Signal. Aber ich möchte das Ding gar nicht mehr da haben. Ja. Und die meisten Leute sind schon so weird, inklusive mir, als ich damit angefangen habe, ist, dass wenn das Handy nicht mehr in der Tasche ist, sondern in der Jacke, und die Jacke hängt über den Stuhl oder die Jacke hängt am Jackending, dass die dann manchmal sogar abgelenkt sind, weil sie denken, scheiße, wo ist mein Handy? Ja. Und das ist für mich ein Anzeichen davon, dass wir ein bisschen krank sind. Ja, absolut. Absolut. Gut. Mein perfekter Tag jetzt einfach Beispiel ist, ich stehe um halb sieben auf, ich mache eine Stunde Sport, dann mache ich einen Spaziergang, dann schreibe ich vielleicht über ein paar Themen, die mir so inspirativ kommen, dann gehe ich an die Arbeit, dann mache ich ein bisschen produktive Arbeit, proaktive Arbeit, nicht reaktive Arbeit, dann esse ich irgendwann Mittag, nach dem Mittag habe ich eh so ein kleines Tief, mache ich reaktive Arbeit, beantworte Mails, habe vielleicht Mitarbeiter-Calls. Nach der reaktiven Arbeit gucke ich, plane ich meinen nächsten Tag, dann ist es 6 Uhr und ab dann ist nur noch Freizeit. Wir sprechen gerade sehr selbstverständlich von proaktiver und reaktiver Arbeit, dazu haben wir mal eine Folge gemacht und da sind wir genau darauf eingegangen, was das eigentlich bedeutet. Super nice, danke. Weißt du die Nummer zufällig? Ne, leider nicht. Aber proaktives versus reaktives Arbeiten, das ist genauso. So und das wäre für mich ein idealer Tag und ich weiß, dass ich abends um 6 absolut stolz auf mich wäre und was auch immer ich dann mache, mit vollem Genuss mache. Und das ist vielleicht schwer zu sagen, das werde ich jetzt für immer machen. Es ist aber super einfach zu sagen, ich plane mir einen einzigen perfekten Tag für morgen und danach schaue ich mal, wie es weitergeht. Und wenn du dir einen geplant hast, kannst du vielleicht noch einen zweiten planen. Und du merkst, es ist möglich. Und das ist für mich so ein kleiner Hack, wie man in dieses Momentumrad reinkommt, ohne erschlagen zu werden von der vermeintlichen Größe des Themas. Verstehe. Ja, das kann man auf jeden Fall machen, um einmal zu sehen, wie kann es auf der anderen Seite sein. Ich würde mich danach fragen, ich lebe doch an sieben Tagen die Woche und nicht nur an einem. Und der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich drei Leben auf einmal führe oder jetzt nicht parallel, aber so viel, so viel verdichtet, so viele Erlebnisse, wie Leute vielleicht in einem gesamten Leben erleben, habe ich gefühlt jetzt schon erlebt, weil wir so viele Sachen, so viele tolle Erlebnisse haben, so viele tolle Sachen erleben und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man auch lernt, seinen Fokus dermaßen zu kanalisieren und die Ideen, die man hat, tatsächlich auch in die Realität umzusetzen. Deswegen, das ist vielleicht, ich finde die Idee super, wenn man einfach mal einen Sneakpick haben möchte. Aber ich würde mich dafür nicht, darauf nicht ausruhen, beziehungsweise es nicht dabei belassen. Das ist nur der Start. Genau, das ist wirklich der Start. Das muss bewusst sein. Und diese Tipps, die ich vorhin noch genannt habe, die sind wirklich super easy umzusetzen und ich würde sagen, das ist sowieso die unverhandelbare Basis, dass wenn man seinen Fokus in den Griff bekommen möchte und die Kontrolle wieder zurück haben möchte, dass man diese Tipps vor allem, no matter what, umsetzt und es ist nicht mal ein riesiger Eingriff in deinen Alltag. Das ist einfach nur ein bisschen Veränderung in deinen Geräten und vielleicht denkt sogar sich der eine oder andere, das ist doch super banal, als ob das irgendwas ändert. Probiert es aus. Glaubt mir, ihr seid mental in einem ganz anderen Zustand. Lass uns jetzt darüber reden, wie kriegt man es hin, seinen Fokus zu kanalisieren auf meinetwegen, ich habe jetzt eine Business-Idee oder ich möchte eine Business-Idee auch erst finden oder ich möchte, weiß ich nicht, eine richtig tolle Reise planen, sowas kann sein oder ich möchte meine Traumbeziehung aufbauen. Wie kriege ich es hin, diese Dinge in mein Leben zu holen und mich darauf zu fokussieren und mir nicht an einem Tag super viele Ideen aufzuschreiben und zwei Wochen später habe ich überhaupt vergessen, dass ich das jemals getan habe. Also der eine Punkt ist, sich eine Frage zu stellen und zwar, wie hilft mir das für meine Mission? Wenn jetzt meine Mission ist, ich will ein Unternehmen gründen, kannst du dir jede Sekunde deines Tages fragen, wie hilft mir das gerade beim Bauen meines Unternehmens? Ich bin gerade auf TikTok. Wie hilft mir das gerade beim Bauen meines Unternehmens? Ah ne, TikTok habe ich ja nicht mehr, habe ich ja schon gelöscht. Ich bin gerade, ich beantworte gerade irgendwelche E-Mails. Wie hilft mir das gerade beim Bauen meines Unternehmens? Nicht so richtig. Und wenn man einmal visualisiert und das Problem beim Unternehmen ist, es gibt so viele Baustellen, die irgendwie tricky sind und dann ist es nicht nur Fokus auf das Unternehmen, weil Fokus auf das Unternehmen heißt trotzdem Fokus auf zehntausende Sachen. Und was wir gerade am Anfang gemacht haben, ist, wir haben so den Taschenlampen-Approach gemacht. Wir hatten 10.000 Probleme, um die wir uns kümmern mussten. Wie gründe ich eine Firma? Welche Rechtsform gründe ich? Welche Produkte starten wir? Mit welchen Dienstleistern und Notaren arbeiten wir zusammen? Mit welchen Steuerberatungen nehmen wir? Welche Gesellschaftsformen habe ich glaube ich schon gesagt? All diese Probleme hatten wir und wir haben den Taschenlampen-Approach gemacht und haben gesagt, okay, ich weiß, ich will dahin kommen, dass ich am Ende ein Unternehmen habe, was Produkte verkauft und Geld verdient. Ich bin jetzt aber noch ganz am Anfang und ich habe eine recht weite Strecke vor mir und es ist dunkel. Ich kann nichts sehen. Aber ich muss nicht den ganzen Weg sehen. Ich muss einfach nur die nächsten fünf Steps sehen und dann ein Step nach dem nächsten gehen. Und dafür reicht eine Taschenlampe. Ich muss nicht warten, bis es hell wird nachts, um meinen Weg nach Hause zu finden, sondern ich brauche auch einfach nur eine Taschenlampe, um den nächsten Step gehen zu können. Und was der nächste Step ist, ist eigentlich ziemlich klar. Was man dann noch irgendwann optimieren kann, ist zu gucken, okay, wie priorisiere ich richtig, was hat größeren Impact, was hat kleineren Impact? Du meinst, man weiß eigentlich schon eh immer, was der nächste Step ist? Ja. Wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist, weiß man eigentlich, weiß man alles. Auch alles, was wir im Podcast sagen, weiß jeder, wenn er wirklich ehrlich zu sich ist. Deswegen resoniert es wahrscheinlich auch so gut. Und das Einzige, was wir machen können, ist einmal so anstupsen und sagen, hier denkt man darüber nach. Ah ja, ja, klar, jetzt ergibt es Sinn. Aber wir tun nichts in den Kopf der Leute, sondern eigentlich aktivieren wir nur was, was höchstwahrscheinlich irgendwie schon in den Kopf der Leute war, der Leuten war, aber nicht abrufbar war. Das wäre der erste Step. Ja, cool. Das ist interessant. Das heißt, du sagst, um es nochmal zusammenzufassen, anstatt sich mit allen Sachen gleichzeitig zu beschäftigen, die jemals auf einen zukommen könnten, konzentriere ich mich jetzt darauf, was ist die eine Sache, die ich jetzt als nächstes machen sollte. Und das weiß man dann nicht. Am Anfang einmal ganz grob. Was muss alles ungefähr getan werden? Du musst schon wissen, dass du eine Firma gründen musst. Das darfst du nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Aber das dauert einen Tag. Dann weißt du basically alles und dann ist es schwieriger, das zu tun und dann den nächsten Step zu machen. Got it. Ja, finde ich mega. Also, wenn man das gefunden hat, wenn man weiß, was es ist, dann hätte ich, also wäre meine Methode tatsächlich Priming. Priming durch Meditation. Und ich weiß, das klingt jetzt total groß und total spirituell und whatever ist es überhaupt nicht. Das heißt, man kann es auch ganz anders sagen. Du machst nichts, du machst alles aus, du setzt dich einfach nur hin. Du hast diesen einen Gedanken in deinem Kopf und jetzt visualisierst du, was du machen wirst, weshalb du es machen wirst, wie du es vielleicht schon mal in der Vergangenheit gemacht hast und wie es richtig cool war und richtig Spaß gemacht hat und richtig viel Freude bereitet hat. Und danach sprudelst du wahrscheinlich eh schon nach Ideen. Ganz wichtig ist, by the way, um das einmal zu sagen, du musst dir deine Augen schließen und du musst dich wirklich hineinfühlen, richtig hineinspüren in das, was du tust. Und das kann was ganz Banales sein, wie zum Beispiel, ich brauche jetzt den und den Kooperationspartner und schreibe jetzt zehn E-Mails raus, weil das kann erstmal wie eine erschlagende Aufgabe erscheinen. Aber du fühlst dann in dich rein und visualisierst dann einfach, wie geil wäre es, diesen perfekten Kooperationspartner zu haben, der alles einfacher macht. Wie viel Freude macht es eigentlich auch, eine richtig schöne E-Mail zu formulieren und zu schreiben. Wie krass kann es denn auch sein, später Florian davon zu erzählen, weißt du was, ich habe heute schon vor 8 Uhr zehn krasse E-Mails rausgeschrieben an heftige Kooperationspartner. Um 11 Uhr habe ich direkt schon eine Zusage bekommen und das Thema ist vom Tisch. Wie heftig wird dieses Ergebnis sein und wie krass wird das dein Business nach vorne bringen und dann visualisierst du nochmal das Endergebnis, was du überhaupt damit willst und zwar ein eine richtig krass funktionierende Firma, die Leuten viel Glück bringt, die dir selber viel Freude bringt, die deinen Mitarbeitern Freude bringt, die dich reich macht und einfach nur richtig geil ist und das visualisierst du dann und spürst es so, als wäre es schon passiert und dann bist du nicht nur motiviert, sondern du bist auch inspiriert und hast ganz viele Ideen und mit diesen Ideen nimmst du dann ein Blatt Papier, schreibst exakt auf, was du tun willst und dann tust du es einfach zack danach und das ist eine Übung, die kann man machen, wenn man weiß, man hat eine To-Do und jeder kennt das zu Hause, man hat eine To-Do auf der To-Do-Liste und du schiebst sie schon seit Wochen immer wieder runter und du denkst, eigentlich muss ich es machen, aber sie ist jetzt auch nicht so dringend, es ist wichtig, aber es ist jetzt nicht super dringend, diese To-Do zu machen, ah fuck, eigentlich muss ich es machen. Das ist so eine Aufgabe, bei der du so eine Priming-Übung machen kannst. Ja, habe ich jetzt viel zu tun. Wie bitte? Habe ich viel zu tun jetzt. Es gibt ein paar an dieser Liste auf meiner To-Do. Probier es aus, Florian, das ist der Wahnsinn, du spürst auf einmal wieder richtig viel Motivation, weil irgendwann hast du diese To-Do aufgeschrieben und ich versichere dir, als du sie aufgeschrieben hast, hast du die Energie gespürt. Als du sie aufgeschrieben hast, hast du dir gedacht, alter, was für eine geile Idee, heftig, das schreibe ich jetzt auf und mache ich dir irgendwann. Ja, es sind eher so Chores, wie Sachen für die Steuererklärung vorbereiten sind. Probier es auch dafür aus. Aber es ist auch gut, das einmal von 50 zu haben. Es nervt mich schon seit Monaten, das Thema, seit Februar, denke ich daran. Dann kannst du denken, okay, es nervt dich, wie schön und befreiend wird es sein. Du wirst auf deine To-Do-Liste schauen und du hast nichts da stehen. Oder nur noch Sachen, die so richtig easy sind. Naja, das auf jeden Fall ausprobieren. Das lenkt, finde ich, den Fokus sehr gezielt auf die schönen Dinge. Und genau, ich glaube, das ist alles, was ich zu dem Thema habe. Ich habe noch eine ganz wichtige Sache. Jetzt bin ich gespannt. Einer der wichtigsten Sachen. Und zwar, dafür muss ich mich erstmal aufrecht hinsetzen. Während wir diesen Podcast aufgenommen haben über die Zeit, haben wir immer mal wieder gesagt, dass man Pornos lassen sollte. Und ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder die Frage bekommen, Florian, warum schießt du so doll gegen Pornos? Pornos sind doch ganz normal. Pornos ist doch gar kein Problem. Es ist doch natürlich, Pornos zu gucken. Und deswegen halte ich es für sehr angebracht, jetzt mal ein paar Punkte zu sagen, warum Pornos der absolut größte Müll überhaupt sind. Und dazu habe ich, glaube ich, vier oder fünf Punkte. Der erste Punkt ist die Idee, dass Pornos normal sind, ist der größte Scam, der mir jemals unterbreitet wurde. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass die Welt ihren Verstand verloren hat, um das zu normalisieren. Ich formuliere es mal anders, damit die Leute es auch verstehen. Stell dir vor, du sitzt zu Hause, guckst aus dem Fenster und siehst, wie der Postbote vor dem Haus deines Nachbarn sitzt, sich einen runterholt, während er durch den Briefkastenschlitz deine Nachbarn beim Sex beobachtet. Würdest du sagen, das ist normal? Absolut. Kommt noch das nicht? Es ist, glaube ich, es ist das Weirdeste der Erde. Es ist das Weirdeste der Erde. Und auf einmal sagen wir, ja, okay, das wäre weird. Aber genau die gleiche Situation auf dem Laptop ist gar kein Problem mehr. Ich verstehe nicht, wie man so gebrainwashed sein kann und zu sagen kann, ja, da ist es so und da ist es so. Das ist eine komplett andere Situation. Ich sehe nicht, was komplett anders ist. Du siehst einem anderen Mann zu, wie er mit einer anderen Frau schläft. Du hast nichts damit zu tun und du sitzt da nur vor wie so ein Affer und holst da einen runter. Eigentlich reicht dir das jetzt schon. Eigentlich bin ich jetzt schon fertig. Aber für den, der denkt, ja, dieses Beispiel holt mich noch nicht ab, gibt es noch ein paar mehr Punkte. Der zweite Punkt ist Dopamin. Die Idee, dass man innerhalb von zwei Minuten von null auf hundert kommen kann, Dopamin, auf den höchsten Berg des Dopaminausstoßes, den du jemals erreichen wirst, kannst du innerhalb von zwei Minuten kommen, ohne Arbeit. Welches andere Konstrukt kennen wir in der Welt, wo das möglich ist? Mit harter Arbeit ist es nicht möglich. Mit Liebe ist es nicht unbedingt möglich. Drogen. Drogen. Das Einzige, womit du den gleichen Effekt wie Pornos in der gleichen Zeit erreichen kannst, sind Drogen. Und jetzt sag mir nochmal, das ist normal und das ist gut. Bei Drogen ist es auf einmal ganz klar, ja, Drogen sind schlecht, weil damit kommst du direkt auf den Höhepunkt, was komplett überhaupt nicht natürlich ist in der unnatürlichen Zeit. Du wirst abhängig, weil wie kannst du dich auf irgendwas anderes konzentrieren, wenn du innerhalb von zwei Minuten den höchsten Höhepunkt kriegen kannst, den du kriegen kannst? Wie kann ich meine Meditation machen, die du vorhin angesprochen hast, wenn ich denke, boah, ich könnte auch in zwei Minuten auf meinen Höhepunkt kommen? Absoluter Scam. Das Problem dann dazu ist auch noch, wenn du dann wirklich mal Sex haben solltest, brauchst du auch wirklich nur zwei Minuten, bis du zum Höhepunkt kommst und das dann auch scheiße. Selbst da bringt es noch nicht mal was. Das führt mich zu meinem dritten Punkt. Wirklich. Der dritte Punkt ist, es verzerrt die Vorstellung. Du fängst an mit Pornos, das sind noch ganz normale Pornos, ganz normale Sachen, die da passieren. Nach einem Jahr hast du mehr nackte Frauen, mehr Sex gesehen, als irgendein Sultan vor 100 Jahren in seinem gesamten Leben gesehen hat, obwohl er jeden Tag irgendwelche Frauen bei sich hatte und dann wird es irgendwann langweilig für dich und du denkst, okay, jetzt gehe ich weiter in dieses Rabbit Hole und ich gucke mir härtere Sachen an, ich gucke mir härtere Sachen an, ich gucke mir noch krassere Sachen an und irgendwann reicht das auch nicht mehr und du guckst in noch krassere Sachen an, abartige Sachen, von denen wir, an die wir wirklich nicht denken wollen und auch gar nicht das Vermächtnis haben, daran zu denken. Wie verzerrt ist dann deine Erwartung, wenn du mal in der Position sein solltest, was ich bezweifle, wenn du sowas viel machst, aber könnte ja trotzdem sein, dass du einen Lucky Shot hast, dass du dann in einer Situation sein solltest, wo du in echt mit jemandem intim wirst. Das holt dich nicht ab, es erregt dich nicht, es ist überhaupt nicht, es reizt, es ist, du bist überhaupt nicht, du hast gar keine Rezeptoren mehr für sowas und du findest das gar nicht mehr stimulierend und denkst dir, okay, hier, das holt mich gar nicht ab, ich will eigentlich jetzt wieder in meine Kammer gehen und wieder wie ein Affe vor, wie der Briefträger vor der Tür stehen und mir wie ein Affe einen runterholen. Der vierte Punkt. Wow, da könnte man ja direkt eine ganze Folge draus schneiden. Der vierte Punkt. Das sollten wir vielleicht nochmal tiefer gehen. Daraus wird ein Reel, aber ja, vielleicht wird es auch eine Folge. Der vierte Punkt ist, ich habe, ich weiß nicht, kennst du den Serienmörder Ted Bundy? Nein, noch nie gehört. Das ist so ein Psychokiller, der ultra viele Frauen umgebracht hat und ich habe, aber er ist absolut schlau. Also er kann sehr, sehr gut sprechen und ist sehr schlau, aber komplett gestört. Und ich habe mal ein Interview von dem geschaut, einen Ausschnitt daraus und da hat er eine Studie von dem FBI zitiert und hat gesagt, dass sich diese Studie mit seinen eigenen Erfahrungen komplett deckt. Und zwar ist das Ergebnis der Studie gewesen, dass es nur eine einzige Gemeinsamkeit gibt, die alle psychopathischen Serienkiller gemeinsam, die alle psychopathischen Serienkiller gemeinsam haben. Und diese Eigenschaft sind nicht Drogen, manche haben Drogen genommen, andere haben keine Drogen genommen. Diese Eigenschaft ist nicht Alkohol, manche haben Alkohol genommen, andere haben keinen Alkohol genommen. Ist nicht eine schwere Kindheit, manche haben eine gute Kindheit, andere haben eine schlimme Kindheit. Aber die eine Sache, die sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie alle tief in dem Loch von Pornos sind, inklusive er. Und wenn es nichts gibt, was psychopathische Serienkiller vereint, außer einer Sache. Und das ist Pornos. Wie kannst du mir dann noch erzählen, mit den ersten drei Punkten, die wir vorhin auch noch besprochen haben, dass Pornos noch irgendwas Gutes oder Normales hat? Halleluja. Ja, boah, das ist wirklich krass. Also Leute, hört auf mit dem Scheiß. Ich habe auch noch, ich habe zwei Dinge, dem noch hinzuzufügen, also absolut wichtige und schon lebensverändernd wichtige Punkte, die eigentlich schon jeden dazu bringen sollten, mit dem Scheiß aufzuhören. Ich habe noch einen weiteren und zwar das Ding ist, es konditioniert dich auch, wenn du die ganze Zeit dir auf Abruf nackte Frauen oder nackte Typen anschauen kannst, dann, das Ding ist, wenn du dann in der Stadt unterwegs bist und du siehst dann eine super hübsche Frau, das kennt ihr bestimmt oder das kennt man auch von anderen Leuten, besonders Männer, fangen dann an, die Frau anzustarren, anzugaffen und anzuglotzen und stellen sich vielleicht dabei irgendwelche Dinge vor und das konditioniert man und das stärkt man nochmal damit, weil du wirst, was du tust, das vor allem, was du regelmäßig tust und dadurch veränderst du auch deinen Blick und deinen Fokus und deinen Wahrnehmungsfilter und wenn du die ganze Zeit dir jeden Abend Pornos von irgendwelchen, mit irgendwelchen nackten Mädels anschaust, dann ist dein Wahrnehmungsfilter auch auf hotte Frauen gerichtet und dann kannst du irgendwann gar nicht mehr durch die Stadt laufen, ohne dass du überall hübsche Frauen siehst und denen dann halt auch die ganze Zeit da herstarrst. Deswegen, ich finde, es gibt eine Regel, um das sofort zu brechen, man muss natürlich zu seinem Wort stehen und sich daran halten, aber vereinbare einfach mit dir, wer glotzt, muss auch ansprechen. Wenn du sie anglotzt, dann musst du auch Hallo sagen und ansonsten glotzt du sie einfach nicht an und sobald du merkst, so dein Blick geht auf irgendeine hübsche Frau, weg damit, also direkt den Blick wieder korrigieren. Das, das zweite ist und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Grund und auch meines Erachtens der Grund, warum die Serienmörder oder was das bei den Serienmördern ausgelöst hat, die Energie. Du bist, also das wird jetzt wirklich eine riesige Folge, vielleicht machen wir das in der Tiefe nochmal in einer anderen Folge, aber deine Energie geht weg und dein Testosteron-Level ist im Keller, du wirst depressiv, hört auf, hört auf Sex zu haben mit eurer Hand, hört auf euch Pornos reinzuziehen, wir haben besseres zu tun in dieser Welt. Es gibt so viele schöne Dinge. Es gilt nicht für echte intime Beziehungen. Da ist das natürlich sehr förderlich und sehr gut. Und außerdem, der Punkt ist wirklich und das Ding ist, das sage ich auch, weil, und ich denke, das kann man auch ohne Scham und offen sagen, ich kenne beide Seiten der Medaille und echter Sex ist kein Vergleich, wenn du ein Porno und Masturbations freies Leben führst. Es ist kein Vergleich. Okay. Das wäre, hast du noch was dazu? einen Punkt. Ja, dann hau raus und dann rappen wir ab. Weil dieser Craziness noch eingefallen ist. Es gibt ja so dann jetzt den ein oder anderen Spezialisten, unabhängig von Pornos, sondern von Fokus, der sagt, ja, Fokus. Fokus ist wichtig. Ich habe eine Idee. Es gibt doch Ritalin oder irgendwelche anderen Pillen, die meinen Fokus stärken. Das sollte ich jetzt nehmen, weil der Proaktiv-Podcast sagt, Fokus ist wichtig. Koffein. Koffein macht mich fokussiert. Nein. Das ist Scam. Es ist, und ich frage mich auch, okay, wenn du sowas nimmst und sagst, ich bin jetzt auf dem, ich habe eine Rakete gebaut und bin auf dem Mond gelandet, dann denke ich mir, okay, gut, jetzt ergibt es Sinn, dass du sowas genommen hast. Aber wenn du einfach nur deine normalen Sachen machst, wenn du sagst, ja, ich brauche es, um zu arbeiten, denke ich mir, Bro, du brauchst eine Pille, um sechs Stunden am Tag auf dem Arsch zu sitzen und mit deinem Laptop zu arbeiten. Und eine Pille ist nichts anderes als Kaffee. Kaffee ist bloß die aufgelöste Pille, der Stoff ist der gleiche. Genau, ist die Pille in der schönen Verpackung. Und ja, deswegen, das ist ein ganz klarer Appell daran, nicht solche Pillen, in welcher Form auch immer, zu nehmen, sondern seinen eigenen Fokusapparat so zu stärken, weil es ist auch ein Muskel. Wenn du ihn stärkst, wird er stärker. Friedemann hat ein paar richtig geile Punkte gesagt. Ich habe ein paar Punkte gesagt. Wenn man die umsetzt, dann ist ein eiserner Fokus garantiert. Kaffee aus Genussgründen, was ganz anderes, aber aus Fokusgründen, weil man ansonsten nicht klarkommt oder nicht in den Modus kommt oder sowas, einfach sein lassen. Und ich habe auch ein Substitut dafür, tauscht es einfach aus mit zehn Minuten auf einem kleinen Trampolin mit geiler Musik abgehen und rumhüpfen. Glaubt mir, ihr seid noch viel krasser fokussiert und viel krasser aktiviert danach. Also diesen ganzen Kram. Das braucht man alles nicht. Und wenn ihr merkt, ihr seid süchtig, dann macht Detox einmal zwei, drei Wochen keinen Kaffee. Danach mit irgendeiner Erzähl-App oder sowas. Es gibt so eine coole App, da kannst du immer deine Streaks oder deine Habits und sowas tracken. Dann einfach wirklich religiös nur einen Kaffee die Woche oder erst mal anfangen alle zwei Wochen einen Kaffee, dann einen die Woche und dann vielleicht auch wieder alle paar Tage und dann macht man wieder einen Detox und so weiter. Man kann genießen. Aber man muss aufpassen, dass die Genussmittel einen nicht einholen und die Kontrolle über einen bekommt. Dass sie dich nicht kontrollieren. Genau. Eine letzte Bitte. Wir haben hammer viele tolle Zuhörer. Eine Sache, die wir nicht so gut gemacht haben, ist die Inzentivierung, Bewertungen zu schreiben. Deswegen eine kleine Bitte an dich, wenn du gerade zuhörst. Die Folge ist jetzt vorbei. Geh einfach auf Spotify oder iTunes, wo auch immer du die Folge gerade hörst und gib eine Bewertung ab für den Proaktiv-Podcast. Das hilft uns unglaublich viel weiter. Wir haben noch viel zu wenig Bewertungen bei der Hörerzahl, die wir schon haben. Und ja, wir werden sehr dankbar und bis zum nächsten Mal. Super. Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das hat euch was gebracht und wir freuen uns auf die nächste Folge. Guck mal, ich habe mir deinen Move abgeschaut. Tschüss. Ich melde dich gut. Ciao.